Hallo und willkommen zum neuen Stream, MSP. Weil ich kein Leben hab. Und ja, ich ess erst mal meinen Joghurt. Und öffne den beiden Geschenk, was ich bekommen hab. Von ihr. Und ich grüße Hotair Like Hell, weil sie hat mir vor allem was geschenkt und hab mich gefragt, ob ich sie grüßen kann, falls ich live gehe. Hallo! Wie heißt ihr alle? Nari, auf MSP. Hey! Geht da richtig ab hier? Was lustig ist, ihr schreibt hier in den Chat. Immer wird einfach noch angezeigt, dass keiner unterrässt. Hier kannst du meinen Autokram gehen. Krass. So. So. Jetzt mal Geschränköffnung. Äh, ich heiße auf MSP. Ah, hi! Cool. Ach, wir Zuschauer schon. Ja, ich ess einen Joghurt, weil ich Hunger hab. Ja. Schmeckt sehr gut. Ja. 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 Fliege. Uh! Das passt eigentlich mal dazu. Ja. Vielleicht tragst du mal. Ähm, anscheinlich werde ich gerade eingeladen. Hm. Guten Tag, die Ladyschaft. Ja. Du bist doch... Er. Gabriel, oder? Bist du das? Äh. Gabriel, oder? Ja. 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 Da hab ich jetzt einen Autokram gehen. Oh. Ups. Das wollte ich gar nicht. Egal. Den geb ich ihr nachher einen Autokram. Das wollte ich gar nicht. Was? ASMR Modus. Egal. Den geb ich ihr nachher einen Autokram. Mal. Jetzt schon? Elf? Oh. Ganz wie jung. Hab ich ja auch schon Autokram gegeben. Hm. Ähm. Dann weiß ich nicht, was ich falsch gemacht hab. Ich werde morgen zählen. Oh. Oh. Aussi jung. Wie seid ihr denn so jung? Ich höre mich jetzt voll alt. Hm. Danke. Für Autokram habe ich. Für Autokram habe ich. Juck ich einfach sein. Wieso wurde ich überhaupt eingeladen? Ja. 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 Aber dann schon mal. Verborgen. Alles Gute zum Oberstag. An. Nati. Cookie. Genau. Die Leidenschaft. Ich war sie eben mit ihrem live. Ihrem sogenannten Livestream. Ja. Vielen Dank, der Herr. Oh je. Ich hab trotzdem. Das bringt Unglück. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Das bringt Unglück. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Ich gucke einfach rein. Okay. Ich gehe raus. Weil wegen Wasser. Hey. Ich bin nur auf der Seite. Achso. Ich wollte gerade schreien. Ich hab trotzdem. Oh. Juck. Juck. So. Oh. Oh. Wieso? Oh. Wir haben alle so ein krasses Profil. Und ich nicht. Wieso. Ja. Das ist besser. Wie. Ich find's super, wenn ich mein Profil öffne. Das ist er. Ja, SVP. Ich würde das vergessen, SVP. Ja. Und cool, wenn ich mir was schenken könnte, F.A. schicken könnte. Das ist ja. Mit F.A. Da. Wär auf jeden Fall cool. Oh, ich esse die dann bitte nur und vergesse die anderen Sachen. Oh, okay. Oh, ich hab mir geschenkt. Von Herrn Gabriel, der Professor. Hey, Gabriel. Kann auch noch mal ein Profil. Gut. Äh, der Profil ist noch Feuerschenkel. Uh. Oh. Ich send mir die ganzen Geschenke, also die ganzen Gegenstände aus meiner Wunschnüsse. Und dann versuche ich meinen Raum zu verschönern. Damit er nicht ganz so doof aussieht. Ja, aber ist das immer... ...doof denn noch zu fragen, weil manche Eltern haben hier nicht so viel Geld. Oh. 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 Wär natürlich cool, wenn sie das machen. Aber man kann ja auch nicht mal drauf hoffen, dass die Eltern alles bezahlen. Oder andere. Wenn auch noch so viel Geld. Ich glaube, ich hab damals so... Nach einem Monat oder so... Ne, nicht nach einem Monat, sondern nach einer Woche gefragt, wenn du das hab. Oh, ja. Ähm. Ich will eigentlich auch meinen Club ändern. Ich hab einen Club, aber der ist irgendwie dumm. Habe ich schon voll lange. Also kaufe ich dann dir ein Paket von deiner Mutter. Und Wip von deinem Vater oder wieviel. Hä. Ich hab mich da raus. Alle Clubs. Meine Clubs. Das ist mein Club, da hat einfach nur 13 Mitglieder, weil keiner rein will. Ah, den gibt's auch schon mega lange. Ich glaub fünf Jahre ungefähr. Okay, mein Freund hat einfach mal... ... sein Mikro angelassen und ich hab die ganze Zeit gelaufen. Aber ich weiß nicht, ob die das zu unserem TS gehört haben. Kannst du mal kurz gucken, was ich dir geschrieben habe? Sorry. Im Gegenteil. Ich darf kein Wip bei, weil ich wünsche mir etwas anderes. Okay. Ich muss heute Abend Kühlchen machen. Ich muss heute Abend Kühlchen machen. Ich bin jetzt im Stream zu einer, weil das echt mega lange dauert. Ich hab bewusst in der Hand. Wo ist? Im Gesicht. Ah! Ich hatte sechs Zuschauer, jetzt bist du da. So drei, vier, vier. Wieso? Okay. Ja. Achso, mir wurde geschrieben im... Okay. Soll ich keine Mücken machen? Nein, Spaß. Ich hab das eben erst ausgemacht. Das war die ganze Zeit an und ich hab das nicht mitgeschnallt, ey. Oh mein Gott. Sie möchte ein Look von mir erstellen und ich soll ihn dann anziehen, aber ich ziehe nur an, wenn er mir gefällt. Ist nicht größer geworden. Leute, bettet doch nicht einmal nach VIP, Mann. Das sehen wir aus, als wären wir reichend oder so. Guck mal. Die hier fragt die ganze Zeit nach VIP. Ob sie jemanden VIP kauft oder so. Sind die alle für mich? Ich wollte nur nachfragen, bevor ich alle esse. Ich hab nur Chips. Ich hab nur Chips. Der Zuckerstreif. Guck mal, wie es sich spammt. Es ist nicht böse gemeint, aber keiner nimmt Freundschaftsverfahren von Menschen, die andauernd nach VIP betteln. Ich hoffe, die haben mich nicht gehört. Bibi. Ich hoffe, die haben mich nicht gehört, das wäre so peinlich. Wieso machst du dein Mikro nicht aus, Mann? Du kriegst kein VIP, wenn jemand dich gut macht, dann hackt er dich nur mal so. Oh, okay. Gut, dass du das aussprichst. Raft das keiner? Das sind alles nur veräppelte Äppler. Ich wollte eh nur fahren, aber... Was aber? Wieso wird es mir angezeigt, wenn sie noch veröffentlicht wird? Bitte schon mal. Ich mach mich selber. Oh, danke dafür. Wenn du es selber machen kannst, diese Bettest du denn die ganze Zeit? Ich mach dich zu. Jogi. 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 Ich mach dich kurz. Gott. Das ist unhöflich. Es ist eine große Rolle, wenn ich so einen M.S.P. Es ist eine große Rolle, wenn ich so einen M.S.P. Und hier haben wir einen Essig von mir. Siehst du? Warte. Also du bist ja die hier, oder? Ich hole die erste Maus her. Das ist nicht klingelig. Ja, ich weiß nicht, wie du deinen Namen mit... Also auf YouTube. Ich weiß es nicht. Wer wäre es bei dir? Halt mal deinen Namen daheim und das ist immer schwer. Weil ich hab die immer davon mit ihren Freunden und das ist super schwer. Wenn wir den Namen sofort übersehen. Auf jeden Fall. Du bist ja die BK, die... Also, du hattest viel mehr kommt vorne. Wenn es den noch hier ist. Das war mal dein Affront, oder? Und du hast mit dem auch die Konzepte VIP gefragt und bla 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 bla. Ähm... Aber du wurdest gehackt. Frag dich mal, wieso du gehackt wurdest. Weil du das Passwort von Amazon weitergegeben hast. Und ich hattest keinem, sein Passwort weiterzugeben. YouTube an. Wow. Und wenn du doch nicht gehackt wurdest und... ...du mich hergelogen hast, dann ist das vielleicht scheiße. Also... ...und dann... ...ja... ...das ist eigentlich... ...ausgeworfen. Weil das ist jetzt der neue Account, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden hab. Ja. Oh ja. Oh ja. Ich öschte jetzt ein Loch von mir. Oh ja. Das ist mir echt zu viel gefallen. Ne, jetzt warte. Kack mal drauf vor. Du. 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 Du hast deine vorne. Ich bin schon mal dran und du bist. Du. 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 Du hast deine vorne. Du. Du. Du bist ganz schön. Und das ist hier mit der Sonne. Das war's für heute. Ja, du wurdest gleich bei deinem Passwort weitergegeben. So. Du bist ja kanal mit Zoom gelesen, wie ich das heute noch bekommen hab. Ähm... Du hast dein Paprik weitergegeben, wurdest gehackt und jetzt fragst du schon wieder nach VIP. Und das ist reingefütter unerwartet. Sorry. Aber wenn du auf einmal verstehst, dann solltest du deine Schauer drückt geworden sein. Und das ist noch mal verliehen. Dann stückte kein Mensch mit Fieberweizen, der das einfach so VIP, vor allem, der das war. Da muss man ja alles so schlafen. Okay. Okay. Ach, dürft ihr euch fragen, ob ich einen Lied von ihr aufstellen finde? Klar. Wirklich so ein immer willkommen. Ich like dir auch immer. So gut, ich kann es nicht. Wenn ich's noch bekommen kann. Wenn ich's auch später willkommen bekomme, dann ich's auch später. Und da habe ich sehr viele Klamotten. Wird das ein bisschen schwierig und anstrengend für dich da irgendwas passendes rauszuhelfen. Das ist für mich schon anstrengend. Das ist für mich schon anstrengend. Die sind in der AREA und der Biste. Das ist für mich jetzt so nemmt. Wirklich nicht zu, ich denke, ich bin wie ein bisschen schlafen, aber... ich bin schlafen jetzt. Das ist für mich schon ein bisschen zu. Ich bin bei immer. Ich glaube, dass ich meine Schauze, Ich bin mir so nemmt, Wenn ich da bin, Ich bin mit dem G phasescheiden. Das war ja auch immer so kalt. Ich habe keine Arbeit. Ich habe nur ein Scherz. Nein, ich bin jetzt ein Scherz. Ich bin jetzt ein Scherz. Das war es gut. Ich hab mir ja nichts gemacht, was. Locker Start. Ich ist in Reel. Hey. Ist man da auf und unten? Und darauf. Darauf und darauf. Hör mich doch mal. Ich hasse langsame Sachen. Alles, was langsam läuft, nervt mich. Ich bin. Das ist das. Look. Ich hab's noch einen Snack. Das ist doch Kärzungsart. Ja, ich bin auf den Haufen. Ja, ich bin auf den Haufen. Ich bin auf den Haufen. Höhöhöhöhöhöh. Muaah! 3, 2, 1 Alles willkommen! Muss ich meine Flasche aufziehen? Ich hab doch schon... Ich hab doch schon... Ah... Okay, mir ist es nicht verleuchtet. Ich hab auch schon hart. Schließen! Rüber damit! Ich spiel's wieder überm Browser! Mann! Tausendmal schneller! Das ist ein bisschen wichtiges Teil des Show. Nia writes... Das ist im Sage Catalog. Es ist viel Spaß zu schreiben für ein Charakter, der kann sagen was er will. Sage... Das war's. 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 Warum schreibt das mir zur Möglichkeit? Weil... Ja, das ist so ein... Ding zwischen... Rafael... Taylor und... Ja, das ist so... Die haben sich schon kennengelernt, deswegen... Nat... Taylor hat eine Schnöse gemacht... Und seitdem... Das ist so... Die haben wir doch... Oder... Oh... Oh... Oh, das ist so... Oh... 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 Ich glaub der wird echt geil... Okay... Ja... 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 Das ist... Und... Ja... Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, dass der Teile ist, aber ich weiß nicht, dass mein Lugter der Hörner ist. Voll nett. Grüß dich an den Rosalino. So. Das war's für heute. Tsch, tsch, tsch. Ich gebe aber übrigens Salat, weil ich so einfach mal rauskomme, damit er nicht ganz so unvoll aussieht. Was soll ich jetzt machen? Ah, ich wollte dir Taylor zeigen. Das ist, wie sehen wir, das ist Taylor. Und den... Das ist der erste, der mich abonniert hat, als ich so gehaft hier war. Soll ich sehen. Los ist Taylor. Den könnt ihr auch die Mannschafts-Nurfang schicken. Gerne. Und das ist Gabriel. Eher gesagt, Erik. So. Ah, ja. Damit wir bescheiden müssen. Ja, weil die beiden... Ja. 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 Okay, danke. Bitte. Ich kann auch mal schauen. Ja. Ich selber. Ja. Danke. Ja. Ich habe mich das wohl. Ja. Ich habe mich an das vorhin. Ich muss es sein. Ja. Ich darf es aus. Ich möchte nichts. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. 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 Sieht auch doof aus. Ja. 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 Ich hab Hasen. Ja. Die ist so hockelig. Ne, muss ich dir nicht. Ich muss noch mal vertieren, bitte. Doof ist, dass die Lippen halt so fett sind und nicht so schön dünn wie die. Ja. Schnappen. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh. 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 Da ist noch das ältige Töntchen, kann man euch vorstellen? Ja, da ist doch der Töntchen. Da ist doch der Töntchen. Da ist doch der Töntchen. Da, da ist doch der Töntchen. Da ist doch der Töntchen. Oh, der Töntchen. So warm. Das ist auch immer so heiß. Das war's für heute. Hey, Mann! Kennst du Vorbloks? Nein? Also ich hab schon was davon gehört, aber... So, ne. Weiß ich nicht. Was ist das? Ja, stimmt. Vielleicht einfach das. Was ist das? Ja. Was ist das? 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 Musik Und das höchste ist ein Spiel wo man online spielen kann. Also es gibt viele Spiele in Hobart, ok? Musik 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 Wow. warte mal Taylor Taylor ich bin pleite ich hab grad das ganze vergeld für irgendwelche also für mein Gesicht ausgegeben weil ich so like a vampire aussehen will irgendwie hat's nicht so was gebracht aber ist ja geil kid checken hier nichts nicht Spaß was war das denn? ich weiß nicht was wir gemacht haben das ist ja nicht jemand keine Ahnung ok ich mach jetzt erst weil ich noch kurz eine Freundin abholen muss bin ich noch am stream ja bin ich seh ich leck von piaus Taylor bin mal ehrlich das sah eigentlich so aus aber jetzt hab ich kein Geld mehr deswegen und das sieht trotzdem absolut scheiß aus maaaann so 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 die ich gerne haben würde, so dass mein Raum etwas schöner aussieht. Ist egal. Ich sehe auch auf mein Gesicht dieser komisch aus, da kann man mich wie ein Pans. Nein, Spaß. Ich hab echt gesehen, was das ist. Ich hab so gehofft, dass es schön wird. Ein bisschen schwarze Schuhe dazu. Oder rote. Soja. Was sind die jetzt? Hallo! Oder die Schuhe dazu. Ich weiß nicht. Er sieht zu flach aus. Ich mag das nicht. Flach ist nicht toll. Ich muss mal aufzählen. Hä? Wieso? Ich bin grad hart getriggert. So. Oh, das ist bestimmt Blut an meinem Gesicht. So. Ah, mein Mund. Ich kann mir gleich auch noch machen. Auch ein Vampir-Look. Ernsthaft? Geil. Ich verbreite die Vampir-Seuche. Oh, wo ist der Blatt? Halleluja. Oh. Ah. the fox hat die Sau. Oh. Oh. Ich hoffe, die Hautfarbe ist auch so ok, vielleicht. Ich sicher, ob die so ok ist oder ob ich sie heller machen sollte. Ich weiß, was ich mir auf dem Kopf mache. Oh nein, da war der Glitzer. Oh, das ist so doof. Kauf doch Dinge. Das ist doch meine Klamotten. Das sind meine Klamotten und die wollen wir immer kaufen. Wo sind die jetzt? Was sind hier? Pink. Ich meine, der Look, den ich für sie erstellt habe, sieht aus wie... Oh. Oh. Ich guck ihn mal gleich an. Aber erstmal muss ich diese Rosen finden, die ich gerade leider nicht finde. Oder ich übersehe sie davon, aber ich bin da. Leute, ihr bettet alle nach VIP. Eigentlich müsst ihr euch mal ganz richtig hart verarschen. Damit ihr mal eure Augen öffnet. Damit ihr merkt, dass euch nie im Leben irgendjemand VIP kaufen wird. Das ist ein kleiner zu doof und gibt für eine fremde Person Geld aus. Das macht keiner. Und sind vielleicht dort, die sie Geld erfahren. Davon gibt es nicht viel. Da sind sie. Aber ich bin. Ich bin. Da lebte ich also. Ich bin und ich bin. Ich hab's hier gehalten. Wenn man zahlreiche Schüsse auf die Haare... Das sieht auch drauf aus. Ich glaub das ist was. Ich glaub die sind echt was. Ich glaub die sind echt was. Kannst du die Haare von meiner Wundschlüssel kaufen? Und dann zupf ich darauf hin. Ich hab ja keine Essay mehr. Aber ich hab meine letzten gerade ausgegeben. Hattest du früher gefragt? Dann vielleicht aber... Schau mich keiner mehr an. Leute ich weiß nicht was für Haare ich nehme. Aber wir müssen immer weiterhelfen bei diesem Lock. Ich bin echt richtig hart überfordert damit. Ich nehme was das essen. Und dann... Pompierke oder die hat. Und dann... Und dann noch so... Oh also Schenk da. Gott sei Dank. Das ist Pesstel. Wir haben jetzt Kast Light gemacht. Ok. So was ich Ethnic bekannt? Ok, Iron Man. Wie heißt er? 4h15 2h15 Los Wichtiger Irrer Komm gleich jetzt Der Montierbattler Ja Außerdem hast du meine Freunde damit jetzt angesteckt Hm Kannst du jetzt irgendwie ein Spiel ausgeben Was er zum ersten Mal spielt Ist es schön warm? Ist es schön warm? Hm Okay Mir ist nicht eingefallen Das sieht voll Und sieht richtig, dass dir nichts eingefallen ist Na Schatz, wie findest du den Look? Ist von Herrn... Ja, also eher gesagt Erich So ein Erich Wow Ich hab noch einen Ist voll voll sexy so Mhm Achso, Taylor ist online Ja Der Taylor Der macht sich jetzt auch irgendwie so ein Vampir Look Ja Ich hab ihn eingesteckt Damit Guckst du jetzt mal oder... Kriegst du schon wieder irgendwelche Schlüssel? Ne das war nicht. So was? Tch Das ist von Erich Also Gesicht nenn ich mal so verkehrt, aber das Gesicht ist ein bisschen creepy Ja das war glaube ich mal so Ich war creepy Aber guck mal Herr Erich Das ist der Freund Von dem Taylor Meinte er hat Schluss gemacht extra Aufhör Das ist Ehre Die beiden Abo haben uns glaube ich abonniert Oder? Habt ihr? Katja Die wissen uns genau Haben so Ja, ich liebe dich auch Der hört mir nicht zu Der hört mir nicht zu Der hört mir nicht zu Ha? Ha? Echt? Du schaffst dich zu cry Ja ja Dein Kumpel ist wichtiger als ich oder was? Ne du streamst, ich weißt ja, weiß ich wie du an ihm rede Ja ich sag auch nur in den stream ja, ich liebe dich auch Achso Hör ich mir nicht zufrieden oder was? Ja Mal gucken Wie Herr Taylor aussieht als Vampir Ah, seine Hausfrau ist halt noch bleicher als Mara Ich glaub sie muss sich doch mal machen Ich bin einfach die Vampir-Grenierer und hab mich einfach gut verhalten St lions Ich würde mal ehrlich meine Tut das echt weh? Ja Ich geh doch mal so weit Stöhnen Ich wollte nur noch Oh das war so gut ab Ne Ich hab mir glaub ich gerne mal eine Schupps Oh mein Gott danke Nicht die! Mann, das sind deine! Schatz, das sind deine! Nein! Ey, sein Luchs sieht cool aus! Lass das so! Das ist voll geil! Scheiße! Mann, das sind deine! Ja, das ist dein Schatz! Ich wollte dich nicht auf! Ich lege dich nicht auf! Ich lege dich! Nein, das ist voll geil! Ich lege dich nicht auf! Ja, das ist voll geil! Ich lege dich nicht auf! Schatz, dich nicht auf! Wo sind die Schrebs? Wo sind die Schrebs? Wo sind die Schrebs? Ich habe ein Haar und einen Look gemacht. Okay. Hä? Ne, hier hat jemand geschrieben, ich habe einen Look gemacht. Eigentlich bräuchte ich das Kleid und so und schwarz. Dann würde das viel geiler aussehen. Ich will besser leid, Gewammchen. Na ja. Erstmal reiten wir und strecken. Ich habe einen Schluck auf. Ich habe eine Schreibe. Ich werde das schreven. Ich werde das schreven. Ich schreibe ein. Es wird auch noch einen Schluck. Und das ist schreven. Ich habe einen Schluck auf. Ich habe eine Schluck. Nabi? Kommst du auch in einen Spür oder willst du jetzt noch mal spielen? Ja, ich schau ihn mal an. Ich schau ihn mal an. Ah, mein Freund kommt online. Uh, sexy. Du willst leider dein Passwort noch? Ich liebe dich auch. Vielleicht schaffst du auch ein paar Freundschaften fragen. Das ist kein Maserat. Das ist kein Maserat. Michel, wir haben Essen. Das ist kein Maserat. Ich blieb... Ich blieb... Ich blieb... Ich blieb... Hä? Ich blieb doch die Stipps! Was? Nein! Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich blieb das nachher ein, okay? Baby? Krieg ich nen Kuss? Nein! Ich kann nicht weiter mit meinem Kopfhörn. So konförtlich. Willst du mich nicht küssen? Nein. Hey! Ah! Oh! Du hast mir küssen geputte mal! Wo denn? Das ist mein Küssen! Das ist meins! Meins! Wir sind zusammen! Wir sind verlobt! Du! Deins ist meins! Meins ist deins! Das ist mein Küssen! Aha! Weißt du was lustig ist? Ah! Ja! Ja! Ich werde ja gut nicht mal eins gehen! Ja? Du hast keine Diamanten mehr, Schatz. Achso, come on, ich hab' den Film schon noch. Ja, aber du hast keine Diamanten mehr, Schatz. Das wird jemand, der da passiert. Ach, zeigen können wir nicht auch. Ah, cool. Bei der muss ich nicht die ganze Zeit schreiben. Ich will mit dir reden. Kamin? Ja. Ja, ich hab' auch ein paar Sachen in meiner Wunschliste für meinen Raum, damit der ein bisschen schöner aussieht. Das hier ist ein Kontrater. Ja, so. Jawoll! Du hast noch einen, gucke! Boah, ich spür das und das und dann fäll' ich ja da raus. Schatz, du hast keine Diamanten... NIE! Schatz, du hast keine Diamanten... Schatz, du hast keine Diamanten... Schauf' ich! Alter, Eisenfüh, ich hab's ne Folterkame! Pudding! Unerledig hast du... Pudding! Unerledig hast du... Unerledig hast du... Nein, 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 nein... Pudding! Schatz, geh doch einfach auf Gegenstände, dann kannst du vielleicht auch was kaufen, was du mir leisten kannst. Hier, leisten! Unerledig hast du... Tuuuum! Alk OT kot. Was ist das, ich binNIE inrito. Oh, hole, fuck! Barat... Bei wo ist nun auch was es passiert... Behehe! Balli. Quai be acht? Wow. Ah, das weiß man nicht immer. Bei Diamants Sachen ist es immer schwer zu sagen. Ob das groß ist oder nicht. Das Bett ist geil. So eins brauchen wir. Irgendwie. Ist er jetzt auch leichter Bankier? Ja, das hab ich kaum gesehen. Wieso so seine Augen nur weiß? Wie hat er das hinbekommen? Was geht denn mit einem? So cool. Das war's an Diamants Sachen. Wie sahst du den Ton an? Weil wegen Essen. Ich liebe dich auch. Was ist denn das hier für einen Bug? Hm? Wow. Dein Monitor ist zu groß für das Spiel. Ja. Echt, ne? Aber du kannst Vollbild schon mal machen. Wie? Oben in der Ecke neben der Tür. Ich würd's dir nur sagen. Einstellungen. Gibt's nicht. Oh mein Gott. Du willst Spaß? Ja. Haha. Du willst Spaß? Du hast grad deinen letzten Diamanten aus dir geben. Ja. Ich hab das hier. Was? Nein! Findest du meinen Look? Danke Vampir. Oh Gott. Wieso? Zwei von meinen Dingen ist hier stehen. Weil du eins ins Haus, den neben dir laufen hast und eins in deinem Raum stehen hast. Ah, aha. Ja. Crazy shit. Ich hab ein paar Möbel für mich in meiner Wunschlistung. Die sehen nice aus. Find ich. Und mein Raum sieht noch ein bisschen doof aus. Ein bisschen lacke, langweilig. No. Aber ich hab ein Pool im Garten. Der Partner-Luke ist sehr schön. Aber dein Freund muss meinen Freund. Auch ne Freundschaften praktisch. Aber mein Schlafzimmer sieht noch nicht so ganz krack aus. Das Bett ist nur ein bisschen langweilig, aber ist nicht schlimm. Na Schatz? Was hat deine Schlange da gerade gemacht, den Drachen? Ja, die dachte mir, ich steck mich mal kurz. Oh, hier. Krass auch. Ja. Du weißt aber, dass du noch einen Garten hast und eine Küche und einen Partyraum? Reicht doch drauf. Ich hab ein Wurst am Essen. Reicht. Bubi, hier. Ne? Negelein. Was? 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 Das Glitzer? Ja, und das Äußer ist so gut. Das sieht schön aus. Ich hab dich doch gefragt, ob du das so möchtest. Was? Und du hast also mal richtig. Aber ... Wie ist das? Du bist voll sexy, oh, tiboy. Und du, die ist das. Und du musst einfach mal sehen. Logisch keine. Hä? Ja! Ja, aber dann beende ich das doch! Moment! Moment! Ich hab's doch! Ich kann doch mehr für die beste Freunde haben, oder nicht? So, hier sind meine drei! Nein, du wirst schon mit ihm befreundet! Er hat deine eingenommen und hat dir noch meine geschickt! Das wäre dann auch zu... Keine Ahnung! Keine Ahnung, vielleicht wusste er es nicht! Ah! Ich glaub, da ist gerade beste Freunde beendet! Ich muss angenommen! Hm... Okay! Ey, du musst... Sag doch mal deinem Kumpel da, der soll... Ah! Meinen Freund! Der Freund ist schon präschig! Orange ist schön, ne? Ja! Du hast wieder zwei Diamanten! Ja, siehst du wohl... Äh... Shopping! Shopping?! Drei mit Shopping wegen Stänze... Hauptsache... Ich hab ja keine geschickt mehr akzeptiert! Aber bei ihm kam an, dass du eine geschickt hast! Ja... Jetzt ein UFO! Ein UFO! Ja... Kannst du dir nicht leisten! Oder das? Ja... 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 Vielleicht kannst du es ja irgendwie wegmachen! Und wenn du mal alle schwarz machst! Ja... Ich habe ja... Autokommen gegeben! Ne... Bei dir läuft das so schön flüssig, ne? Ja... Es staunt ist, oder? Ja... Grrrrrrrrrrrr.... Was war das denn? Ich wurde angestuft. Von wem? Wo ist denn jetzt mein Teppich? Ich habe ihn noch eben gekauft. Wo ist der? Was für ein Teppich? Ja, diesen roten Teppich, den ich gerade gekauft habe. Vielleicht muss ich nochmal raus und nochmal rein. Ich kann erstmal Shadräume vampirisieren, haha. Naja, ich glaube so, das schaffen wir. Das ist immer ganz schön schwer. Naja, Taylor meinte, dass wir... Shadräume vampirisieren. Das heißt, alle mit Vampir-Syndrom anstecken. Meine Geschenke. Habe ich ein Geschenk vielleicht eventuell für meinen Raum? Nein? Hätte mein Glück. Wieso? Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss ich nochmal neu starten. Eigentlich sollte er da sein, wenn du ihn überhaupt hast. Nein. Ja, mach so eine Lüse. Ich wünsche mir. Guck mal, was für schöne Sachen ich hier drin habe. Die würde ich alle haben, damit meine Raum noch schöner aussieht. Als er jetzt schon ist. Ich weiß nicht, was ist denn? Ich hab mich los. Hast du irgendwelche Tränken da gehabt? Ja. Ich weiß. Kein Teppich da? Dann denkst du dich immer so ein bisschen, wir nehmen deine Diamanten und wir nehmen die Teppich klickseln. Dann denkst du dich immer so ein bisschen, wir nehmen die Teppich und wir nehmen die Teppich und wir nehmen die Teppich und wir nehmen die Teppich. Dann denkst du dich immer so ein bisschen, wir nehmen die Teppich und wir nehmen die Teppich. Dann denkst du dich immer so ein bisschen, wir nehmen die Teppich und wir nehmen die Teppich. Dann denkst du dich immer so ein bisschen, wir nehmen die Teppich. Hm? Teppich da? Du musst halt nur aufpassen, wie du das jetzt machst mit dem Teppich. Ob das wirklich geht, dass das Motorrad da auch geht. Ist das so aussehen, als wenn es draufsteht? Klar geht. Befeet und so. Steht jetzt so weit vorne. Ja, aber anders geht das halt nicht. Achtet doch eh keiner drauf, ob das zu weit vorne steht oder nicht. Du hast gelernt. Hi, bin da. Hi, bin auch da. Ähm, Nuttikuki. Das ist diese Billie Eilish. Die heißt also. Dein Auto steht mir im Weg. Voll? Ja, jetzt nicht mehr. Und hoch. Echt damit. Das essen wir eigentlich heute. Ich dachte wir machen Baguette. So Finken-Käse-Baguette. Von Dodo Etta. Ja. Ich dachte wir machen Baguette. Was? Ja Moin. Was? Lirol-Gucaton. Der Wechsel. Ohne mich. Ich hätte ihn herbezogen. Muss aufbleiben aber im Stream. Cool. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich. Ja. Nicht schlimm. Ich hör's. Ich hör's entstehen. Ja. Ja. Wie ist denn? Warum nicht? Ist Deko. Ein Rohr. Ist ein Detail. Ein Rohr! Ist der Raum noch nicht fertig? Ich guck was sie sieht. Ist das Tisch? Ich hab schöne Sachen in der Wunschliste. Für unsere Wohnung. Das Brot ist schon geil. Ja. Wer ist eigentlich Sunny? Ah, sie ist so Schokoteller, oder? Schoko? Schokoteller? Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Wieso habe ich die Solani zweimal hier drin? Ne, ist das Hä? Egal. Lani. Ich hab die Solani verstanden. Die Solani ist auch. 17 Euro. Okay. Oh, er hat sie 10 Euro, als sie sich den Account erstellt. Egal. Mit dem Sonnenfinger. Kaufst du das jetzt? Ja, mach mir das. Egal. Ich fühl mich arm. Ich kann mir nicht mal die Sachen aus meiner Wunschliste leisten. Ich bin einig. 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 Einig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab'n Look von dir erstellt, Baby. Ok, guck. Hat er grade Nippe lecken gesagt? Ja. Dann komm mal herammstein. Da, guck mal. Ok, guck. Niem, niem, niem. Ich würde an deiner Stelle bei Top gucken, weil sonst funktionieren nur so ne Möbelstöcke. Weil bei Top wird ja auch Fenster und sowas angezeigt. Und dann mache ich aber noch mal zu am Anfang. Und parameter so lange nicht, aber auch geniezt wird ja. Na, Moment. Ich habe meine Kleine dir gefühlt. Nummer. 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 Wird's auch taub? Betrügt. Wisst ihr alle Bescheid. Ich kenn sie nicht. Ich kann das nicht verurteilen. Ah nein. Okay. Gibt's nicht. Pizzastaub. Gibt's nicht. Gibt's. 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 Zimträutchen! Was willst du? Trötchen? Zimträutchen! Aha! Ah ne, das ist so schwer sich das ranzubauen Was war das denn mit deinem PC? Hm? Was war das denn mit deinem PC einfach? Hier? Ja, das macht ja so richtig Spaß, dass er da echt ein Müll-Settbein zurecht hat, oder? Das ist ja so... Echo, weiter! Ich hab das doch so geschrieben! Ich hab das doch gelegt! Aber ich hab das so geschrieben. Okay, das ist ein Heli! Ja, das war eine Heli! Die Heli! Ja, das war wirklich ein Heli. Bo, ich blicke etwas, was Du nicht blinkst! Das hat Rinde. Ein Baum. hehehe als Gebirge war er war ein Moment ich gehe auf mein Profil und sie dich also dein Name hier so stehen sowas gibt es hier da doch mal ähm da ist sowas wo ich ein Boot reinsetzen kann ne sowas gibt es speziell nicht es gibt sowas wie im Pool oder so ne kannst du ja auch meine Wunschschlüssel erkaufen leer? bist du da mit einer du bist gerade 5.000 das war noch 5.000 das war knapp 3 3 1 ich hatte gerade noch 23 auf dem Konto nein du hattest hä 21 oder ne 23 also als 3.000 ausgegeben ja geht doch meins kostet aus die Lügen hallo hi stellst du mich grad weg 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 wieso stellst du es hin wenn es weg soll ja 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 weil ich nicht auch gedacht hab das jetzt da ist das weg 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 ey du scheiße sie du scheiße Kinder so hintergrund na nym 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 das Besseres gibt es da nicht das ist das Fenster von meiner... Guck mal das sieht doch gut aus das kann ich nicht weg machen? mhm warum denn? Keine Ahnung das hat Movistar Planet dumm gemacht lol voll geil weißt du was aus deinem Wohnzimmer? ne habe ich ein Schlafzimmer ich habe meine Küche als Schlafzimmer benutzt war nur ein Vorschlag dein Raum sieht besser aus als meine in den letzten sechs Jahren ich habe ja auch Ahnung ich habe ja auch Ahnung euch mein Freund ich bin hier hinten und ich muss davor drauf huuuuuhu so was ist denn nun eigentlich guck mal na na mensch ey Verteidiger Nierwunschliste. Da ruft uns zwei Jungen, ey. Wir lieben alle verweilen. Das ist ja mal unglaublich, ey. Dauer. Ei, ei, ei. Hallo. Bamm, bamm, bamm. Oh Gott, das ist ja wirklich sehr viel was leckt. Ihhh. Äh. Oh, Sonnenbrunnen. Äh. Ich hab doch grad auch. Das könnte ich mir nicht antun, das leckt und leckt und leckt. Bamm. Ich hab eigentlich versucht bei den Aktivitäten und reinzusammeln, aber das hat so sehr geleckt. Ja, das geht ja, das geht gar nicht. Ja, eigentlich will ich das ja auch sparen für den nächsten Train-Buchs. Das ist ja täglich in der Prüfung. Das ist scheiße. Oh Mann, oh. 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 Was ist denn jetzt mal? Ach so, ja. Spieleautomat. Mach. Was ist denn? Da hat sich wohl jemand gefreut, dich zu sehen. Was denn? Da hat sich wohl jemand gefreut, dich zu sehen. Ja, nein. Geh da. Geht eigentlich mein Mikro hoch? Ja. Geht eigentlich. Da muss ich die Köpfe aber nicht die ganze Zeit aufsetzen. Glaubst du, das geht auch ohne? Ja, wahrscheinlich schon. Gut. So. Musst du von vorne anfangen? Ja, anscheinend. Aber du hast den doch gespeichert. Ach, ist das jetzt doch eine Steinmauer? Hm, ich hab nicht gespeichert. Nicht gespeichert? Ne, ich hab irgendwie auch das Reflex auf Abbrechen gedrückt und dann irgendwie auf Aufnein. Halt nicht von vorne. Oh. Hä? Hör weg du. Oops. Das tut weh, ich hab mich verschluckt, dann hab ich ja in der Luft bekommen und dann hat sie gezogen. Du bist so doof, ne? Wieso? Warum? Oh man. Fast im Livestream gestorben. So, ich hab mich verschluckt, dann hab ich ja in der Luft bekommen und dann hab ich ja in der Luft bekommen und dann hab ich ja in der Luft bekommen. Das hatte ich vorher im Boden, weißt du das noch? Na, den. Nee, oder? Eigentlich schon. Ja, das ist super. Ich geh auf dem SP on. Cool! Okay. Okay. Und benutzen auch nicht. Weiß ich auch. Und? Ich dachte nur, weil du ein Anfänger bist. Du musst das Fenster ein bisschen weiter nach hinten. Ja, der ist so schön. Da kommt jetzt der Bischof... Billig Lampe! Willst du mich? Mhm. Ja. Und? Also hast du es gesehen? Nein. Nein? Das ist auch gut so. Also sonst wäre Michelle ganz böse auf dich. Weißt du? Mhm. was möchtest du eigentlich? mhm 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 warm du bist einfach so heiß ok der andere Spruch vor Küche mhm oha jetzt geht's los mhm echt hier ja du hast dunkles? black iron? ja nicht gut French black? ne das sieht doof aus ich hab das hier warte rät nicht drauf rät nicht drauf rät nicht drauf mhm jup immer so rät 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 mhm Mh. Ich würde das mal lernen, hätte ich dir schon lange gezeigt, was ich habe. Okay, das lege ich gerade nicht. Das ist alles scheiße. Wirklich nur das, was dunkel ist. Der Rest ist komplett scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das auch habe. Genau das oder was anderes. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ah, ich habe das. Das ist so hell. Im schwarzen Boden sieht das nicht schön aus. Das ist das einzige, was nicht so dunkel aussieht. Ich versuchte noch mal was zu trinken, ohne zu verrecken. Okay. Mein Bett sieht anders aus. Ja. Meinst du das weiß? Das sieht aus wie ein richtiger Märsch. Ja. 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 Okay. Na ja, ja. Ja, auf dem. Der Kleiderschrank sieht ja auch geil aus, guck mal. Oh, dann hole ich mir den. Ich hab einen. Ah, hier gibt es einen Teich. Alles bleibt nur so, da kann man kein... Wow. Ist das denn Garten? Wo warst du eben drauf? Ganz oben. Ganz oben? Null. Muss ich gleich ändern. Sieht ja immer richtig geil aus. Wie wäre es damals? Oh, aber das andere sah geil aus, oder? Das ist vor der Feierstadt. Das kann ich. Ich freu mich schon, wenn ich meine Sachen hab, ey. Mein Raum wird Uff Aber du kannst mir ja dann helfen beim erstellen Wenn ich die Sachen hab Dann können wir uns unser Haus erstellen Ne? Ja Unsinn Hast du gehört? Unsinn Okay, ich dachte, dass du das nächste Besuch wurde Das Ding Und sonst gekauft Nö, weil ich ihn in irgendeinem anderen Raum Ich hab' er hier irgendwo drin Nö, ne? Und wird Such dir ganz viel irgendwie in der Lampe für meinen Raum Möbel Bis zum nächsten Mal Soll. Schatz. what the fuck da haben wir first gut gemacht ist kaputt gemacht kaputt gemacht oder ist gehackt Eko? Hallo? ok ich glaub Eko macht dich nicht mehr Eko? Eko? Spiel meine Favoriten von Spotify ja um etwas für Spotify abzuspielen der Klufe zu Elf im Klima und der Klufe die alle frei hrrrrr kleine Kuh ich? ja Hallo? Geht sie gut oder was? mhm fick dich ok ach du hast mich verletzt es hat mich sehr verletzt hallo hey du hast mich verletzt? hallo doch sehr sogar voll in das Herz zu reiten weißt du ich bin ein normaler Mensch holl he ich bin ein normaler Mensch ich bin ein normaler Mensch nicht ich bin Die alte sagt mir, ja, verknüpfe dann ins Premium-Spotify-Konto. Die ist keine Bank. Lallelu, Michelle findet einfach keine Lampe. Jetzt hat der Doktor hier echt keine Lampen verkauft. Ich meine, Lampen sind eh unnötig in diesen Dings. Ich kann keine Sachen mehr auf meiner Mundschlüsse packen. Ich bin nicht. Weil man nur 2 Euro packen darf und ich habe nur 2 Euro. Ich kann von allen Sachen zu kaufen. Ich habe keinen Geld mehr. Du hast doch 2,47 Euro. Du brauchst was du sonst. Ich will jetzt sparen. Ich weiß nicht alles sofort auf dem Kopf auf. Das ist jetzt auch mal mein Problem. Das ist die andere. Bauch? Nee. Ganz schön. Doch. Doch. Guck mal jetzt noch ein bisschen Kratz-B Angel. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Glaubst du, Taylor ist noch da? Ich glaube nicht. Und? 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 Dun 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 Soll ich den Stream beenden? Wenn nur noch einer zuschaut und ich glaube das bin ich Lurin Ok Ich beende den Stream Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und bis zum nächsten Mal.